Und damit herzlich willkommen zurück hier auf dem Jahrmarkt, 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 Jahrmarkt. Nein, hier bei Ocarina of Time auf der Nintendo Switch. Ich bin euer Keller Vater. Schön, dass ich wieder da bin. Wir haben es geschafft, das Big Goron Schwert zu bekommen. Jetzt können wir halt nicht mehr blocken. Das ist jetzt egal. Aber es ist halt einfach eines der stärksten Schwerter. Wir haben die Sora Rüstung. Wir haben die Stahlstiefel. Und wir haben die Serenade des Wassers. Und damit sind wir good to go, um den Wassertempel hier anzugehen. Und das wird jetzt was Nerviges, wenn man immer wieder ins Menü muss. Und ständig hier ohne Schnelltasten, was halt beim DS besser war, die Ausrüstung zu wechseln. Aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Also ich bin jetzt gespannt, wie viele Episoden wir hier im Wassertempel verbringen. Ich hoffe, es sind nicht mehr als drei. Wahrscheinlich werden es aber vier werden. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg hinein. Los geht's! Gibt's immer wieder diese Sachen, wo ich immer denke, wie ist Ruto da reingekommen? Und wie hat sie das dann wieder verschlossen? Weiß man das? Ich denke ja nicht. Naja. Und da jetzt halt jedes Mal, jedes einzelne Mal ins Menü. Einmal nach rechts, dann da rüber und diesen machen. Das könnte halt relativ nervig werden. Da wäre es halt am Emulator geiler. Am Emulator haben sie das nämlich recht gut gelöst. Wenn wir da jetzt irgendetwas machen, werden wir mal schauen, was man auf dieser Ebene tun kann. Oh, gleich drei Herzen gibt es. Da rüber bräuchten wir wahrscheinlich schon den Enterhaken, weil der Fanghaken zu kurz ist. Der Fanghaken ist echt für nix. Naja, egal. Da brauchen wir einen Schlüssel. Gut. Da können wir die Hymne spielen. Ah, die Hymne. Seldas Wiegenlied braucht man, um im Wassertempel hier den Level halt zu ändern. Jawoll. Und wieder. Ah, schau, diesmal müssen wir gar nicht das Menü wechseln. Das ist schon mal was wert. Das war wohl nur bei einem Mapswitch. Kann man hier schon was machen? Ich bin nicht sicher. Ich gehe mal einfach ein paar Schritte weiter, um zu sehen, wo das hier hinführt. Nirgends hin. Okay. Soundtrack ist wieder mal mega. Würde ich behaupten. Aber wir werden das Ding mal rausziehen hier. Kann nicht von Nachteil sein. Ja. Ach. Immer mit meiner Speicherei. Ich muss aufhören zu speichern. Ich habe eh die Save-Punkte. Das ist übrigens ein ziemlich cooler Aspekt an dem Switch Online. Beziehungsweise einfach an dem Nintendo 64 Emulator auf der Switch. Kaffee. Was sonst? Ähm. Dass man, ähm, dass man hier solche, schau mal, solche Save-Points erstellen und laden kann jederzeit. An jeder Stelle. An jeder beliebigen Stelle eigentlich. Was sollen wir machen? Sollen wir uns mal ganz runter lassen? Lassen wir uns ganz runter. Komm. Oh. Das war nicht meine Absicht. Da brauchen wir wohl auch einen Schlüssel. Aber hier brauchen wir wohl nichts. Schauen wir, was es hier gibt. Ich bin nicht mehr sicher, aber ich glaube, wenn man ein bisschen dem ganzen Flow folgt, dann soll... Ja, genau das. Ja, genau das ist. Ja, genau das ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie ist ziemlich gechillt für das, dass wir sie eigentlich drei Jahre haben warten lassen Was sie noch nicht weiß, ist, dass sie dann eine Weise wird Die Weise des Wassers, sozusagen Ist sie noch hier? Achso, das ist das, wo wir den Wasserstand jetzt ändern können, richtig? Kein 10 Oh Siehle mit einer Distanz, dafür finden wir eine harmlose Stadt Ach, Scheiße Ich komme nicht zusammen Ich kann nicht mehr weichen Das ist aber gut machbar Kriegen wir jetzt die Karte? Man kann mal hoffen, dass das die Karte ist Mal schauen Selbstverständlich, es ist die Karte Ja, wir kennen das Dankeschön Die Bomben nehmen wir Was das wohl ist? Ich weiß es nicht Schlecht einfach nur das Logo des Tempers Tempers Gut, und hier Können wir wohl Meine Waschmaschine dreht auch gerade durch, buchstäblich Lesen Jener, der den Zugang auf dem Grund des Sees öffnen will Möge ein Schlaflied aus königlicher Überlieferung spielen Ja, das hätte ich ja gerade gemacht Aber ich war nicht nah genug dran Okay, das sinkt jetzt mal bis zum Boden War das der Boden? Das war fast der Boden Okay, warte mal Scheiße Das war die einzig logische Wahl Meiner Meinung nach Uh, Pfeile Nice Uh, Pfeile Nice Killer Muschel Innenlieger der Klappmuskel Scheint empfindlicher Punkt zu sein Benutze eine Distanzwaffe Okay Gut Sag mal, gibt's jetzt noch Ah, nein, noch eine kleine Kiste Das heißt mit einem kleinen Schlüssel höchstwahrscheinlich Schade eigentlich Und das ist das, was wir bei Twilight Princess genial gemacht haben Da haben sie es eigentlich fast unkreativer gemacht In dem es quasi einfach statt einem Fanghaken zwei Fanghaken gibt Und nicht einer länger ist als der andere Sondern Du hast dann wirklich zwei, die du benutzen kannst Und das ist ziemlich cool Hier bekommst du ja quasi nur einen längeren Greifhaken, den du dann Enterhaken nennst Was ziemlich doof ist eigentlich, aber ja Just saying Hm, es wird langsam, es wird Schauen wir uns das mal an hier Kann man hier eigentlich Fehler machen in Richtung In Richtung wann ich was mache Also vor allem kleine Schlüssel technisch Ich weiß es nämlich nicht mehr Hier zum Beispiel reicht hier der Fanghaken Reicht er oder reicht er nicht? Wir werden es genau jetzt sehen Okay, der reicht mal nicht So, wow Das ist wirklich was Nerviges Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern dran Dass man hier Hey, warte mal Schieben wir das oder ziehen wir das? Ich glaube wir schieben es Ja Einfach alles machen, was in einer Ebene machbar ist Bevor man irgendwo weiter geht Komm, versink irgendwo bitte Das wäre so super Das meinte ich Gut, wir müssen auf jeden Fall ein zweites Mal hier dann wieder runter Denn Der letzte Raum zum Beispiel, da hätten wir schon den Enterhaken gebraucht Das heißt, wir müssen mindestens einmal noch den Wasserstand später verändern Oh, das sieht ja schon mal vielversprechend aus hier Wart mal kurz Okay, da gibt es nichts Hin und wieder muss man dann doch genauer schauen Oh, wow Was ist denn das? Was bringt das? Oh, das bringt das Alles klar Aha Ist ja interessant Ich schau mal, was man hier machen Oh, hier kann man was machen tatsächlich Oh, cool Come Oh Ach Gott, ich schaff's nicht Okay, nochmal Die hätte ich gar nicht umbringen müssen, merke ich gerade Ich glaube, es hätte auch gereicht Oh, ey, ey Okay Ja Das hätte wohl gereicht Dass wir einfach hochgehen Anstatt, dass wir das machen Schade drum eigentlich Aber der zweite kleine Schlüssel Und das zahlt sich allemal aus Ist ja echt interessant Ich hätte das jetzt nicht erwartet Dass wir da schon zwei kleine Schlüssel bekommen Mann, Feen wären jetzt toll Das Geräusch nervt gewaltig Ich bin mir jetzt nicht sicher Ob ich jetzt eine Fee gleich einsetzen werde Oder ob ich abwarte Ich setze sie gleich ein Komm, das Geräusch nervt mich zu sehr Komm So kann man's machen So kann man's machen Gleich zwei kleine Schlüssel Wow Heute läuft's Heute läuft's Hey, warte mal Können wir das nicht sparen? Warte Das wäre ja Idee Das wäre ja die Idee Muss ich nur die andere Seite anschauen Okay Das ist anscheinend wirklich nichts Das ist wirklich nur ein Zwischenraum Sehr nice Sehr, sehr nice Damals dachte ich mir noch Es gab ja auch ein Steuerkreuz Am Am Nintendo 64 Controller Warum man nicht das Steuerkreuz dafür verwendet hat Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ganz ehrlich Ah, ich weiß wie Um schnell Ausrüstung zu wechseln Speziell die Dinge Die Schwerter und Stiefel und so weiter sind So kann's gehen So, das war mal das Ich mit meiner Speicherei Jedesmal Okay So, das ist mal das Hier kommen wir rein Das wissen wir Aber Hier waren wir noch nicht Und das möchte ich mir jetzt ansehen Was es hier gibt Das sieht noch aus zerbrechlichem aus Was wäre, wenn wir hier die Stiefel anlegen? Okay, es ist nicht so zerbrechlich Wie es ausschaut Naja Aber ich Wiste was anderes Ich wiste was anderes Was wäre damit? Genau das Man braucht nur genug Zeit Dass man das Dass man die Teile anvisieren kann Und man braucht ja immer Beim Enterhaken brauchst du immer Zwei Zweimal musst du drücken Einmal er holt ihn raus Einmal er exilt dann an Wow Damit habe ich jetzt nicht Ich habe mit viel gerechnet Damit nicht Ist ja nice Jetzt hätte es Herzen gegeben Die wir so lange schon gebraucht hätten Ich höre eine Skulptula hier irgendwo Was ist das Und wie komme ich da ran? Hm Fragen über Fragen Hier werde ich wohl keine Antwort bekommen Mal schauen Und hat sich jetzt der Wasserstand Nur in diesem Raum verändert? Ich hoffe mal Hm Aber immer noch neugierig Ich bin immer noch neugierig Was dieser Raum kann Weil ich Ich wüsste es nicht Ah Nein Ich wüsste schon Was das Probieren Ich kann Ich kann eine kleine Sache versuchen Dass ich das mit den Stiefeln an Mir die Statue herziehe Okay Das war es wohl nicht Hm Also ist mir jetzt nicht ganz klar Was hier zu tun ist Ach Gott Geh runter doch Geh da runter Ich drücke es ja schon die ganze Ich drücke die ganze Zeit herab Aber er macht es nicht Tja Er geht automatisch wieder hoch Komm Komm Oh Gott Muss ich jetzt die Stiefel aus und wieder anziehen Oh Mann Und hör auf mit dieser Speicherei Das ist echt anstrengend Anstrengend Gut Aber es ist halt auch der Wassertempel Was haben wir uns erwartet? Ich bin schon mal froh Dass ich meine zwei kleinen Schlüssel habe So Wir gehen jetzt in das Tor Also in die Tür Die den ersten Hoppla Mit der Speicherei Die den ersten kleinen Schlüssel benötigt Das machen wir jetzt Also in dem quasi Zentralraum Da gehen wir hin Nach dem Cut Merst